Royaler Besuch bei uns heute im Studio, zumindest animiert. Die britische Königin Elisabeth II. erweist uns die Ehre bei ihr Sohn und Thronfolger Prinz Charles, der immer mehr ihre Aufgaben übernimmt. Mit 96 Jahren ist sie zwar immer noch mit königlichen Kräften ausgestattet, aber auf manch einen Termin muss sie verzichten. Wie heute im britischen Parlament, ausgerechnet bei der traditionsreichen Queen's Speech. Prinz Charles vertrat sie und übernahm die Aufgabe, die politischen Vorhaben des Premierministers im Parlament zu verlesen. Eine rein formelle Aufgabe, denn inhaltlich äußert er sich, genau wie seine Mutter, die Königin, nicht dazu. Er lässt sich noch nicht einmal etwas anmerken. Dabei wäre es interessant zu erfahren, was ein König in Spee über manch politische Vorhaben denkt, die von immer mehr Briten als demokratieschädlich kritisiert werden. Annette Dittert. The same procedure wie jedes Jahr. Bis auf eins. Das erste Mal in fast 60 Jahren schreitet nicht die Queen zum Thron, um feierlich die Vorhaben ihrer Regierung zu verlesen, sondern Prinz Charles. Ein seltsam ungewohnter Anblick und auch das, was Charles verliest, kündigt die schrittweise Abkehr von alten demokratischen Traditionen an, auch wenn es erst mal ganz anders klingt. Die Minister ihrer Majestät werden die Machtbalance zwischen Parlament und den Gerichten wiederherstellen. Was sich tatsächlich dahinter verbirgt, ist die Absicht Boris Johnsons, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten. Anwälten soll es demnächst unmöglich gemacht werden, gegen Abschiebungen Einspruch einzulegen. Die britische Anwaltskammer beobachtet dieses Vorhaben seit einiger Zeit mit allergrößter Sorge. Ein solches Gesetz macht vielleicht vieles einfacher für die Regierung. Aber es unterminiert die Rechte des Individuums. Warum das gefährlich für die Demokratie ist? Weil es das Recht der Bevölkerung schwächt, ihre Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Muster, das sich durch Johnsons gesamte bisherige Amtszeit zieht. Und sein Anspruch, über Recht und Gesetz zu stehen, hat längst auch sein Kabinett infiziert. Die Innenministerin Priti Patel zum Beispiel will jetzt das Demonstrationsrecht noch einmal verschärfen. Schon jetzt kann die Polizei jeden Protest beenden, sobald dessen Lärm die Umgebung stören könnte. Noch protestieren einige wenige dagegen regelmäßig vorm Parlament. Die Menschen hier glauben immer noch, so etwas könnte hier nicht passieren. Aber es passiert. Viele, die hier dabei sind, könnten über dies bald vielleicht gar nicht mehr wählen gehen. Denn ab sofort darf das nur noch, wer einen Ausweis mit Foto hat. Weil es hier aber keine Personalausweise gibt, könnten demnächst nur noch Menschen mit Führerschein oder Pass wählen. Der Verfassungsexperte George Peretz hält das für eine Demontage des allgemeinen Wahlrechts. Es benachteiligt vor allem Labour-Wähler. Es hilft also den regierenden Konservativen, auf diese Weise ärmeren Briten das Wahlrecht zu nehmen. Noch helfen die pompösen Zeremonien des Königshauses, den Anschein zu erwecken, als sei alles beim Alten. Tatsächlich aber haben Johnsons Angriffe auf den Rechtsstaat längst System. Wir haben hier ein Muster, das typisch ist für autoritäre Staaten, so wie in Osteuropa. Das, was dort immer zuerst geschieht, ist eine Schwächung der Justiz und all der Institutionen, die die Regierung zur Rechenschaft ziehen können. Natürlich ist Großbritannien noch weit entfernt von Ungarn oder Polen. Aber wenn Johnson die Prinzipien des Rechtsstaats weiter derart rücksichtslos verwischt, könnte die britische Demokratie bald nur noch ein Schatten ihrer selbst sein.